Diese Woche bei Hour of Power. Bobby Schuller predigt über das Thema der Wille zum Leben. Der Wille zum Leben bedeutet, schwierige Entscheidungen zu treffen, um großartige Ergebnisse zu erzielen. Ihr Leben erweitert oder verkleinert sich aufgrund ihrer Entscheidungen. Das Leben wird besser, wenn Sie besser werden. Werden Sie alles, was Sie sein können, und Gott wird den Rest tun. Erleben Sie Hour of Power mit Bobby Schuller, der Gottesdienst, der ermutigt, verbindet und berührt.